Hans-Jürgen Janser ist ein deutscher Schauspieler. Leben Hans-Jürgen Janser erhielt in Hamburg Schauspielunterricht. Sein Theaterdebüt gab er an den städtischen Binnenkleve. 1972 gründete er gemeinsam mit Barbara Kleinitz und Gerd Bär das Kinder- und Jugendtheater Klecks am Hamburger Großen Neumarkt, an dem er Regie führte und auch als Schauspieler auftrat. 1976 trennte er sich aufgrund interner Auseinandersetzungen von dem kleinen Privattheater. Janser wirkte seit den 1960er Jahren in einer Vielzahl von Film- und Fernsehproduktionen mit. Eine seiner ersten Rollen verkörperte er 1964 an der Seite von Hans-Jörg Femi als einen des Mordes verdächtiger Hilfsarbeiter in dem Kriminalfilm Nebelmörder unter der Regie von Eugen Jörg. Danach war er wiederholt in den Krimi Ryan-Jürgen Rolands Stahlnetz und dem Täter auf der Spur zu sehen. Roland besetzte Janser auch in seinem 1966 gedrehten Thriller Vier Schlüssel. Weiter sah man Janser bis in die 2000er Jahre hinein als Gastdarsteller in bekannten Serien wie Percy Stewart, Hamburg Transit, Sonderdezernat K1, Sankt, Pauli Landungsbrücken, Großstadt-Revier oder Die Männer vom K3 sowie in mehreren Tatort-Episoden. Große Popularität erlangte Janser mit der Serie Doppelter Einsatz, in der er von 1994 bis 2007 in 83 folgenden Kriminalhauptmeister Peter Ahlers darstellte. Daneben wirkte Hans-Jürgen Janser in einigen vom norddeutschen und westdeutschen Rundfunk produzierten Hörspielen mit. Janser, der in seiner Laufbahn häufig nur kleinere Rollen spielte, führte seit 1980 darüber hinaus gemeinsam mit seiner Frau in Hamburg ein eigenes Lokal mit dem Namen der Eimsbüttel. Filmografie, 1963, Stahlnetz Strandkorb 421, 1964, Nebelmörder, 1964, Polizeirevier Davidswache, 1964, Hafenpolizei Gefährliche Geschenke, 1965, Gewagtes Spiel, Mann über Bord, 1965, Die Katze im Sack, 1965, 1965, Stahlnetz Nacht zum Ostersonntag, 1965, Gestatten, mein Name ist Cox, falsch verbunden, 1966, Vierschlüssel, 1966, Großer Ring mit Außenschleife, 1966, Die Gentleman bitten zur Kasse, 1966, Stahlnetz der fünfte Mann, 1966, 1966, Intercontinental Express, Frau Neumann, 1966, Cliff Dexter, Gift in harten Fäusten, 1966, Das Millionending, 1967, Dem Täter auf der Spur am Rande der Manege, 1967, Ein Fall für Titus Bungel, Bobby ist los, 1967, 1967, Valentin Katajews chirurgische Eingriffe in das Seelenleben des Dr. Igor Igorovitsch, 1967, Der Tag an dem die Kinder verschwanden, 1967, Dem Täter auf der Spur zehn Kisten Whisky, 1968, Stahlnetz ein Toter zu viel, 1968, 1968, Ein Ehrenwerter Herr, 1969, Der Spanische Bürgerkrieg, 1969, Alle Hunde lieben Theobald Bingo und der 100 Mark Schein, 1969, 1969, Percy Stuart Doktor, Kellers Bilanz, 1969, Dem Täter auf der Spur Familienerger, 1969, Der Schemm von Istanbul, 1969, Die Engel von Sankt, Pauli, 1969, Der zweite Schuss, 1969, Sturdessen die Prüfung, 1970, Dem Täter auf der Spur Froschmänner, 1970, Keiner erbt für sich allein, 1971, Hamburg Transit der Tod im Koffer, 1971, Recht oder Unrecht der Fall Meinberg, 1971, Die Journalistin eine Stunde Angst, 1972, Das Kurheim der Gejagte, 1972, Butler Parker, Hallo Taxi, 1972, 1972, Motivliebe, Die Freundin, 1973, Hamburg Transit der Auflieger, 1974, Madame Pompadour, 1975, Beschlossen und verkündet, Der rote Hahn, 1976, 1976, Jurogang Urlaub für Harry Krausch, 1976, Tatort Punkt und dann ist Zahltag, 1977, Sonderdezernat K1 der Stumme, 1977, Das Gesetz des Kleins, 1978, Onkel Bresig die Drei Bräute, 1979, Gesundheit, 1979, Tim Thaler, 1979, Sankt, Pauli Landungsbrücken, Begegnung, 1980, Sankt, Pauli Landungsbrücken auf der Durchreise, 1981, 1981, Die Baronin Fontane machte sie unsterblich, 1981, I.O.B. Spezialauftrag, Weiße Segel, 1982, Unheimliche Geschichten, wenn das Blut gefriert, 1983, Es gibt noch Haselnusssträucher, 1984, 1984, Tecktmeier, Das radikale Lächeln, 1984, Tecktmeier, Vom Himmel hoch, 1990, Das Haus am Watt, 1992, Maumau, 1992, Der Millionenerbe unter der Haube, 1992, Großstadtrevier Revanche, 1992, Die Männer vom K3 auf Sand gebaut, 1993, 1993, Der Landarzt Jugendsünden, 1993, Tertort um Haus und Hof, 1993, Großstadtrevier, Der Besuch, 1994, Unschulzengel, 1994 zu 2007, Doppelter Einsatz, 1995, Alles außer Mord, Marion Nummer, 1996, 1996, Ehebruch, eine teuflische Falle, 1996, Faust auf Sendung, 1996, Tertort, Fetischzauber, 1996, Schlag 12, 1996, Alles außer Mord, das blonde Gift, 1996 zu 1998, Freundschaft mit Herz, 1997, Der Kapitän, gefährliche Fracht, 1997, Freunde wie wir, Kurs Nordwest, 1998, Die Rettungsflieger, Licht im Dunkeln, 1998, Der kleine Dachschaden, 1998, Lisa Feig, Gefährliche Liebe, 1999, Tertort, Traumhaus, 1999, Die Männer vom K3 Tod eines Festmachers, 2002, Großstadtrevier, Die Jagd nach dem Glück, 2002, Zweikampf, 2003, Die Männer vom K3 Blutrache, 2006, Die Kommissarin, das tödliche Ende vom Lied, 2007, Elvis und der Kommissar, Tod auf Warteliste, Hörspiele, 1959, Spionage, Regie, S.O. Wagner, 1972, Wie eine reißende Bestie, Regie, Heinz Wilhelm Schwarz, 1974, Das da damals, Regie, Gerlach Fiedler,